Er hätte Benagio auch fangen können, geht auf Nummer sicher, Van der Vaart, ja, der hochverdiente Ausgleich. Und wieder ist es der ASV-Kapitän Raphael Van der Vaart, der den Unterschied macht. Der Supermann im Hamburger Team. In allen Pokalspielen in dieser Saison hat er getroffen und was war das für ein Lenkerhuf? Keine Chance für Diego Benagio, der hier den Ball besser gefangen hätte, denn damit bringt er die Hamburger zurück. Aber dann gegen diesen Hammer hat er überhaupt...